Bei dieser Prozentrechnungsaufgabe handelt es sich um eine Verkettung von zwei Aufgaben. Am besten rechnen wir nämlich zuerst 20% von 300 Franken aus und nachher 15% von diesem Resultat. 20% von 300 Franken sind 60 Franken. Es gibt verschiedene Wege, um auf das Resultat zu kommen. Ein möglicher Weg ist, dass man zuerst 300 durch 100 dividiert und nachher mit 20 multipliziert. In einem zweiten Schritt müssen wir jetzt mal 15% von 60 ausrechnen. Am besten rechnen wir zuerst 15 mal 60, das gibt 900 und das 900 durch 100 dividieren. Das Resultat dieser Rechnung ist also 9 Franken. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch Seeho!